Das ist 40 Breit, die setzen wir da unten ein. Machen das übereinander, bohren ein Abdeckbretter vor und dann kommt hier auf der Höhe der Luftwunschwimmer eingesetzt. So ist die Idee. Mal gucken, wie es dann im Original aussieht. So ist das ein Abdeckbretter. Das war's. Und die Verkleidung ist top.